Die Oral-B TriZone Black 7000 ist Oral-Bs beste Zahnbürste. Sie besitzt sechs Reinigungsmodi und sorgt damit für die beste Reinigung unter den elektrischen Zahnbürsten von Oral-B. Sie verfügt über eine dreidimensionale Reinigungstechnologie für ein sauberes Gefühl wie nach einer professionellen Zahnreinigung und zusätzlich über eine visuelle Andruckkontrolle, Sensitivmodus und Aufhellmodus. Weitere Funktionen sind Tiefenreinigungsmodus, Massagemodus, Smartguide, Zungenreinigungsmodus und ein Premium Reise-Etui. Sehen wir uns das etwas genauer an. Mit dem hochwertigen Premium Reise-Etui lässt sich die Zahnbürste sicher und komfortabel aufbewahren und mit auf Reisen nehmen. Mit dem speziellen Zungenreinigungsmodus lässt sich die Zunge auf sanfte Weise reinigen. Der externe Smartguide gibt in Echtzeit Feedback und hilft, das Putzverhalten nachhaltig zu verbessern. Mit dem Massagemodus lässt sich das Zahnfleisch stimulieren und massieren. Der Tiefenreinigungsmodus sorgt mit seiner 50% längeren Putzzeit für eine besonders gründliche Reinigung. Die visuelle Andruckkontrolle verringert bei zu starkem Aufdrücken der Zahnbürste die Pulsationen automatisch und schützt so Zähne und Zahnfleisch. Die einzigartige 3D-Reinigungstechnologie von Oral-B gelangt mit ihren pulsierend schwingenden Borsten tief in die Zahnzwischenräume für eine effektive Reinigung. Die Oral-B TriZone Black 7000 entlang bis zu 100% mehr Placke als eine herkömmliche Handzahnbürste. Sie lässt sich mit einer Vielzahl von Oral-B Aufsteckbürsten verwenden. Oral-B, die Nummer 1 Zahnbürstenmarke, die Zahnärzte selbst verwenden.